Gott! Oh, Dreckswetter! Endlich gleich zu Hause! Ich glaub's kaum, dass ich den ganzen Tag unterwegs war. Vater und Vater machen sich bestimmt schon unfassbare Sorgen. Oder Mama und Papa, wie sie seit dem neuesten genannt werden wollen. Immer diese neuesten, aller neuesten Sachen. Gott. Warum... Warum ist da nur ein Pferd? Ben? Warum... Sind die beiden wieder... weggegangen? Sind die beiden... Habe ich was verpasst? Ähm... Eine... Es tut uns leid, wir lieben dich? Was? Eine blaue Orchidee? Liebste Mitch, Es tut uns leid, aber sie haben uns gefunden. Nur kurz konnten wir diese Nachricht verfassen. Wir dürfen nicht sagen, wo wir sind oder wer uns entführt hat. Wir können nur noch ein weiteres Mal sagen, wie sehr es uns leid tut, mein Schatz. Vergiss niemals, vergiss niemals, dass du unser Ein und Alles bist. Wir lieben dich, Mama und Papa. Das ist doch ein schlechter Scherz. Das ist doch... Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist sowieso nichts. Essen, Fleisch. Was zum... Was... Hier ist nichts. Was soll das denn? Was ist denn hier? Ich... Ich verstehe das. Ich... Was soll ich denn jetzt tun? Ist das eine... Eine blaue Orchidee? Wie sie da steht? Ich... 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 Ich weiß nicht. Eine Truhe. Ich habe das in aller Eile geschrieben. Schatz, bitte begib dich in die Stadt Desperado. Dort wollen sie uns hinbringen. Suche uns. Finde uns. Rette uns. Deine Mutter. Ich soll... Oh, 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 oh. Wo ist diese Stadt? Wie soll ich die denn bitte jemals finden, wenn ich keine Ahnung habe? Okay, 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 okay. Okay, ähm, okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich gerade sagen soll. Ich... Ich soll Desperados finden. Ich soll eine Stadt finden, von der ich noch nie in meinem Leben etwas gehört habe. Gut. Gut, wieso nicht? Das klingt wie eine Stadt, die südlich liegen könnte. So ein bisschen spanisch. Also, eine Stadt südlich von hier. Nehme ich stark an. Ich meine, klingt das so, als wäre es das. Bin ich jetzt wieder in Richtung Süden ge... Ich verstehe das alles nicht. Wieso, bitte, lassen Sie mir nur so eine Nachricht? Und was soll ich... Oh, soll ich wirklich einfach gehen und... Oh, verdammt nochmal. Gut. Einfach reiten. Wer weiß, vielleicht... Finde ich sie ja doch demnächst irgendwann wieder. In einer Stadt Desperados. Wo es anscheinend... Leute gibt, die Menschen gefangen nehmen. Und wo soll die überhaupt sein? Ich... Ich kann es immer wieder erwähnen. Oh Gott. Hier sollte ich wahrscheinlich nicht langlaufen. Gott, verdammt nochmal. Ich habe doch überhaupt keine Ahnung. Ich habe den Koordinationssinn eines... Ich weiß nicht. Was für Viecher haben zum Beispiel keinen guten Koordinationssinn? Das erscheint mir alles ziemlich... Spanisch. Was da zu der Stadt passt, in die ich jetzt gleich... Gehen werde oder auf jeden Fall auf dich. Ich weiß doch nicht. Wer sollte meine Eltern denn führen? Aus welchem Grund? Meiner Meinung nach gibt es keinen Grund, um irgendjemanden zu entführen. Hatten sie Geheimnisse von mir? Irgendetwas, das ich nicht wusste bisher? Und wenn ja, was... Was soll ich denn jetzt machen? Oh, Entschuldigung, Ferdi. Bane. Bane, jetzt sind es nur noch du und ich. Auf dem Weg in... Das ferne Weite. Wo soll diese Stadt sein und... Wie zum Henker soll ich da hinfinden? Kann ich überhaupt da hinfinden? Bis nur, dass langsam Tag wird und ich keine Ahnung habe, wo diese Stadt sich befindet und... Ja, Kühe. Das scheint mir alles wirklich verrückt. Und das ist der Sonnenaufgang und... Ich habe meine Eltern verloren. Ich habe sie verloren und... Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ob ich diese Stadt finde, ob ich... Noch nur im Geringsten die Chance habe, ein Teil dieser Stadt zu werden und meine Eltern zu finden. Eins weiß ich... Ich werde alles dafür tun, um meine Eltern zu finden. Koste es, was es wolle. Koste es, was es.